Hallo, mein Name ist Heinz und ich habe einen Ketchup. Es ist mein Ketchup, weil hier sagt Heinz hier und es sagt Heinz hier und Heinz hier. Ich denke, dass man meinen Ketchup kann haben und so alles. Chorizo, Bratwurst, Wienerwurst, Sauerkraut, Wienerschnitzel. Können Sie Heinz haben? Sie können eigentlich Ketchup, ich bin Infantaden. Ja, Punkt.